Klöckner Humboldt Deutz AG Werk Ulm zeigt, ein Magirus Deutz Lastwagen entsteht. Die Produktion umfasst Lastwagen, Omnibusse, Feuerlösch und Kommunalfahrzeuge. Und das Fahrzeug läuft anschließend über viele Montagestationen bis zum Ende des Bandes. Der Motor wird angelassen, die Motorhaube geschlossen. Der Fahrer steigt ein und fährt den Lastwagen vom Band, um ihn der Abnahme zu übergeben. Auf allen Straßen fahren Magirus Deutz Lastwagen zur vollen Zufriedenheit zehntausender Fahrzeugbesitzer. Besonders im schweren Gelände bewährt sich der Magirus Deutz Allradwagen mit seinem luftgekühlten Deutz Dieselmotor.